Vor allem, du fühlst dich so machtlos, ja? Die Viecher sind irgendwann überall. Die saßen sogar im Tee. Und ich dachte, ich hätte sie besiegt, ja? Ich habe so einen richtigen Kampf mit den scheiß Viechern angefangen, ja? Und es waren eigentlich keine mehr da. Und ich hatte diesen Tee ewig nicht getrunken und ich dachte, oh, so ein schöner Weihnachtstee. Nach Aung, da saß da so ein Monstrum von Mane, die war... So lang, aber dabei so breit. Und die haben so komische Fäden, in denen sie dann so drin hängen und dann habe ich eine Panikattacke gekriegt. Dominik? Hallo? Bist du hier? Super. Jetzt gleich? Ja, ich komme vorbei. Super. Tschüss. Komm schon. The Hungry Teenage Bull Shark attacks. Attacks. Ah! 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 Untertitelung des ZDF, 2020